Das ist Anna. Anna ist HR-Managerin und muss sich jeden Tag mit Themen wie Fachkräftemangel, Onboarding-Prozessen, Employer-Branding, Mitarbeiterbindung, Recruiting, Digitalisierung, Homeoffice oder Talentmanagement beschäftigen. All diese und viele weitere Themen belasten Anna und zahlreiche Personalverantwortliche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie unsere qualitative Studie Voices of HR im Dachraum ergeben hat. Doch nicht immer ist es einfach, Lösungen für diese Themen zu finden. Und genau deshalb sprechen wir auf der HR-Solution Week, den HR-Solution Days, darüber, wo der Schuh drückt und wo es bereits effiziente Lösungswege gibt. Bei unseren virtuellen Events zur Studie entscheidest du, um welche Themen es gehen soll, hast die Möglichkeit, dich mit HR-Dienstleistern zu vernetzen oder dich mit anderen Personalverantwortlichen auszutauschen. Eine ganze Woche lang bei der HR-Solution Week oder auch nur an einzelnen Tagen bei den HR-Solution Days erwarten dich unglaublich spannende Studienergebnisse, dazu passende Lösungsansätze und ein reger Austausch mit HR-ExpertInnen. Und für dich als Personalverantwortliche, Verantwortlicher völlig kostenlos. Also, worauf warten? Besuche uns jetzt auf www.hr-solution-week.com Klicke auf Jetzt anmelden und hol dir viele praktische Tipps für deine alltägliche Personalarbeit. Wir freuen uns, dich virtuell begrüßen zu dürfen.